Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz toll, dass ihr mit dabei seid. Ich komme endlich wieder dazu, ein Video zu drehen. Es ist viel los bei mir. Vielleicht erzähle ich euch das irgendwann mal, aber naja. Herr Marfan und ich haben schon viel zusammen durchgestanden und die Zeit kriegen wir auch zusammen rum. Ja, mir geht es relativ gut. Es stehen noch ein paar Untersuchungen aus. Ich sag mal so, meine Eisenwerte, ich glaube das hatte ich euch erzählt, die sind immer noch nicht so gut. Und ja, die Ursache muss noch gefunden werden. Das ist ätzend, weil ich von Arzt zu Arzt gehe. Und versuche rauszufinden, woher es kommt. Aber es gibt auch schöne Sachen zu berichten. Ich habe wieder mit Schwimmen angefangen. Und wenn ich das Video hier fertig gedreht habe, dann werde ich auch wieder kochen. Heute gibt es noch eine Hähnchenreispfanne mit Gemüse. Sehr healthy. Ihr seht, ihr wisst, ich bin ja nicht mehr die Elfe, die ich mal war. Die werde ich auch nicht wieder. Auf gar keinen Fall. Aber so langsam muss ich gegensteuern und ein bisschen reduzieren das Gewicht. Weil das mir auf die Gesundheit geht. Und ich habe immer gesagt, solange meine Gesundheit nicht drunter leidet, ist es mir schnurzpiepiegal. Aber meine Gesundheit ist momentan nicht die beste. Und deshalb tun wir jetzt was dagegen. Oder tun was dafür, dass es wieder besser wird. Und dass ich mich auch wieder besser bewegen kann und so. Ja, naja. Ich habe auf jeden Fall heute mit euch ein Unboxing vor. Laber, laber, laber. In der Zeit habe ich den Karton geöffnet. Schlau wie ich bin. Und hier haben wir was ganz Süßes. Was irgendwie gut riecht. Breakfast like a Queen. Die neue My Little Box vom Februar 2023. Ist bei mir eingetroffen. Ich habe sie aus den Griffen der Post befreit. Und das ist eine schöne Blechdose. Da kann man schön Sachen drin aufheben. Finde ich richtig klasse. Und mir kommen hier ein paar Sticker entgegen. Stick me, I'm famous. Yes Queen, a cup of tea a day keeps the doctor away. Darling, you are a work of art. Wanna spill the tea. Das finde ich schon mal super süße Sticker. Ich mag Sticker. Schön, mein Akku verabschiedet sich gerade. Wunderbar. So sieht der weitere Inhalt aus. Eine Papiertüte mit diesen süßen Doggies drauf. Königliches Haarbürste ist einfach über, aber sanft. So, da wird eine Haarbürste wohl drin sein, denke ich mal. Ja, da freut sich Herr Muffin. So eine Haarbürste benutzt nämlich Herr Muffin sehr gerne. Er hat schon eine aus der My Little Box bekommen mal. Erinnere ich mich dran. Ich glaube, ich mag die... Nein, au, 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 au. Au, au. Ich müsste mir mal die Haare wieder bürsten. Nach dem Schwimmen gestern habe ich sie mir zwar geföhnt und gebürstet, aber naja. So, habe ich mir gleich ein paar Haare ausgerissen. Super. Lecker. Ja, ähm, die kriegt Herr Muffin. Da wird er sich freuen. Er mag solche Bürsten. Dann haben wir hier drin... Hier ist irgendwas mit Christoph Robin. Mit einem Rabattcode, aber da bestelle ich nicht. Nächsten Monat heißt es bei uns ab in die My Little Academy. Lancome, Biotherm und Kiehl zur Skincare-Expertin werden. Aha. Okay. Eine kleine Sneak Peek auf den nächsten Monat. Und dann haben wir in der Box noch ein Säckchen. Ich liebe die Säckchen. Da steht drauf Get Lazy. Nee, das habe ich nicht vor. Hier haben wir das Christoph Robin Produkt. Das ist ein Kopfhaut-Scrub, glaube ich. Ja. Das ist ein... Das ist ein... Haar-Detox... Soothing-Detox-Treatment-Shampoo. Irgendwas für die Haare, was so Detox sein soll. Ähm, nee, das werde ich nicht benutzen. Das werde ich weitergeben. Das kommt hier zu meinen aussortierten Produkten. Dann haben wir hier drin... My Little Beauty Cleany Baby. Ein Gel-Cleanser fürs Gesicht. Reinigungs-Gel für einen strahlenden Teint. Korbisch und Fokus. Du machst das. Ja. Das ist ein Reinigungs-Gel. Weiß ich noch nicht, ob ich das behalte. Weil... Ich benutze lieber Reinigungsschaum von Balea zum Beispiel. Und was haben wir hier noch? Eine Ultra Repair Cream. Intense Hydration for dry-fetched skin. Safe for sensitive skin. First Aid Beauty. Ist das für den Körper oder fürs Gesicht? From Head to Toe. Once or twice daily. Also vom Kopf fürs Fuß. Da muss ich mal gucken, wie die Konsistenz ist. Die Größe an Body Lotion finde ich okay. Die werde ich behalten. So. Jetzt haben wir eine Bürste für Herrn Muffin. Zwei Produkte fürs Trash-Paket. Für eins der Trash-Pakete, in denen ich beteiligt bin. Eine schöne Box. Ein schönes Säckchen. Ja. Ich mag die Box sehr gerne. Diese Blechdose finde ich ultra schön. Mit dem Breakfast Queen drauf. Finde ich ultra mega toll. Die liebe ich jetzt schon. Ich weiß auch schon, was da reinkommt. Ähm. Ja. Die finde ich mega. Aber die Box, der Inhalt der Box. Ich zahle ja 18 Euro, glaube ich, pro Monat. Oder 19 sogar mittlerweile. Ist nicht so der Knüller. Zwei Produkte wandern weiter. Die Haarbürste kriegt der Muffin. Die Lotion hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Und für eine Keksdose... Jetzt wisst ihr, was da reinkommt. Ja. Ähm. Für eine Keksdose 19 Euro ist schon happig. Da waren schon bessere Boxen in letzter Zeit. Aber ist okay. Ist okay. Äh. Ich will mich jetzt auch nicht künstlich aufregen. Oder so. Ist okay. Mal eine Box, die nicht 100% meins ist, ist auch okay. Und damit war es das schon mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss.